Herzlich Willkommen zum ersten Video des Textanalyseportals TAP. Das Portal soll Ihnen helfen, die Grundlagen der Textlinguistik systematisch zu erlernen. Die Videos sind dabei nicht als Ersatz für Lehrveranstaltungen oder für die Textlektüre zu betrachten. Vielmehr geht es darum, zentrale textlinguistische Untersuchungsmethoden anhand von authentischen Texten praktisch anzuwenden. Sie sollen dazu befähigt werden, ihre eigenen Texte mit hoher wissenschaftlicher Kompetenz zu analysieren, Grenzen und Potenziale verschiedener Theorieansätze zu erkennen und zu bewerten und Bezüge zwischen einzelnen Analyseebenen herzustellen. In unserem ersten Themenkomplex widmen wir uns zunächst der Textgrammatik, die auch als Kohäsion bezeichnet wird. Hier geht es um Methoden der Textverknüpfung an der Oberfläche, also auf sprachlicher Ebene. Dies legt nahe, dass Textverknüpfung auch unter der Oberfläche hergestellt wird. Damit und mit der Beziehung der beiden Ebenen befassen wir uns in weiterführenden Videos. Die Verknüpfung zwischen Sätzen auf sprachlicher Ebene geschieht sehr häufig durch Formen der expliziten Wiederaufnahme. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sich mindestens zweisprachliche Ausdrücke auf dasselbe außersprachliche Objekt beziehen. In der Textlinguistik bezeichnet man dieses Phänomen als Referenzidentität oder Koreferenz. Häufig wird Koreferenz mithilfe von Pronomen realisiert. Pronomen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen minimalen Bedeutungsinhalt besitzen. Schauen wir uns dazu einmal eine kurze Lokalnachricht aus einer Regionalzeitung an. Ein 13-Jähriger ist am Mittwochnachmittag nach einer Spritztur mit einem Auto von der Polizei erwischt worden. Nach Auskunft der Ordnungshüter hatte sich der Teenager zwischen 15 und 15.30 Uhr an einer unverschlossenen Tür Zugang zu einem Gebäude des Gefahrenabwärtszentrums an der Gottlieb-Daimler-Straße in Dietzenbach verschafft. In einem der Räume nahm er ein Handy, einen Autoschlüssel für ein Privatfahrzeug sowie einen Generalschlüssel an sich und startete einen Wagen auf dem Hof des Gefahrenabwärtszentrums. Die Fahrt endete jedoch nur wenige Augenblicke später. Der Junge fuhr gegen ein anderes, auf dem Gelände abgestelltes Auto. Die von der Rettungsleitstelle alarmierte Polizei nahm den 13-Jährigen in Obhut. Die Beamten fanden bei ihm noch ein weiteres Mobiltelefon, das aus einem Diebstahl vom Dienstag in Heusenstamm stammte. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. In dieser Nachricht geht es um einen 13-jährigen Jungen, der eine Straftat begangen hat. Die Person ist ein zentraler Referent des Textes, was uns bereits durch die Überschrift und den Anfang des Textes angezeigt wird. Wenn wir uns den weiteren Verlauf des Textes anschauen, sehen wir, dass mithilfe der Personalpronomen er im Nominativ und ihm im Dativ diese Referenz wieder aufgenommen wird. Neben diesen beiden Personalpronomen finden wir im Text zwei Reflexivpronomen sich, die ebenfalls auf den Jungen referieren. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer Pronomen, mit denen sprachliche Ausdrücke wieder aufgenommen werden können. Hierzu gehören zum Beispiel die Demonstrativpronomen, diese, derselbe oder jenes, wie in diese konnte ihm nicht helfen, die Possessivpronomen, meins, deiner oder unseres, wie bei das ist meins, oder die Indefinitpronomen, keins, irgendjemand oder etwas, kann mir irgendjemand helfen. Sie alle tragen zur strukturellen Ganzheit des Textes bei. Die Pronomen werden zur Gruppe der Proformen gezählt, denn auch Adverbien wie da, dort, damals, deshalb, etwa in dem Satz, ich habe dort studiert, und besonders die Pronominaladverbien, dabei, darauf, hierdurch, ich habe darauf geachtet und so weiter, können bereits eingeführte Referenten explizit wieder aufnehmen. Unser Beispieltext enthält ebenfalls eine solche Proform. Wenn wir den Satz, die Ermittlungen dazu dauern noch an, isoliert betrachten, so wird deutlich, dass das Pronominaladverb dazu nur im sprachlichen Kontext des Vortextes mit Inhalt gefüllt werden kann. Es weist Coreferenz mit einem Referenzträger im Vorsatz auf, die wir als Diebstahl eines weiteren Mobiltelefons bezeichnen können. Wir sehen hier exemplarisch, dass Referenzträger nicht nur Personen sein können, sondern auch Sachverhalte, Ereignisse, Gegenstände, Handlungen, Vorstellungen oder Ähnliches. Unsere Nachricht enthält viele weitere Formen der Wiederaufnahme. Mit diesen beschäftigen wir uns in den weiteren Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal.